Ich zeige euch heute, wie man den Hexswift Beanie bekommen kann. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist nur das Roblox Innovation Award 2023 Voting Hub zu joinen. Und danach müsst ihr einfach nur hier zu dem folgenden Punkt laufen. Der müsst ihr, glaube ich, hier sein, wenn ich mich richtig erinnere. Bloß ist es egal, ob den oder den. Auf dem Fall müsst ihr einfach zu diesem Roblox-Zeichen hinlaufen. Und dann müsst ihr hier voten, müsst euch einfach nur durchklicken, einfach irgendwelche Spiele auswählen. Und dann nachher bekommt ihr diesen coolen Beanie hier. Folgt mir auf jeden Fall, denn morgen zeige ich euch das nächste Item.